So, Paula und ich laufen jetzt gleich zu Guigui und das Witzige ist, dass hier schon so ein fettes Warnschild steht, dass man da bitte nicht hingehen soll, wenn man nicht wirklich fit ist und so. Ich bin immer gespannt, was uns da erwartet. So, jetzt beginnt die Bergetappe. Ich glaube, da oben sieht man, wo es dann rüber geht und wieder runter Richtung Meer. Das Gemeinde ist ja immer, man denkt dann, geil, man ist oben, aber runter ist immer noch mal anstrengender als hoch. So, wir haben den steilsten Teil überwunden. Jetzt geht es nur noch back up. Wir haben gerade schon Teneriffa gesehen. Immer eine wunder, wunder, wunderschöne Wanderung. Lohnt sich, aber man braucht Kondi. So, fast unten. Können das Meer schon ziemlich gut sehen. Aber es ist halt immer noch verdammt steil. Und wir sind auf 200 Meter gestartet und laufen jetzt auf Null runter. Das heißt, wir laufen länger runter, als wir hochgelaufen sind und auf dem Rückweg dann leider andersrum. Ich kann das Meer riechen und die Wellen hören. Und ich bin völlig durchgeschwitzt und freue mich wirklich sehr darauf, gleich mit Anlauf ins Wasser zu springen. Bis zum nächsten Mal. 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 Und los geht's zurück. Es war wunderschön, mit Spatzen gesehen und Paula wurde beinahe von einem Gecko gesessen. So, unterwegs zurück, genauso wunderschön. Diesmal trägt Paula einen Rucksack. Guck dir mal, wie schön das ist. Na Paula, kannst du noch? Ja. So, mittlerweile ist es richtig dunkel und wir sind just in time am Auto. Noch später hätte ich es nicht werden lassen wollen.